Lebenslanges Lernen Kapitel 5.2 Lernen in systematischer Perspektive Annäherung an einen bildungswissenschaftlichen Lernbegriff. Der historische Blick verdeutlicht, wie dies auch in bildungspolitischem Diskurs schon ausgeführt wurde, ein neues Verständnis vom Lernen. Bislang wurde Lernen vor allem im Kontext der Psychologie behandelt und dort als relativ stabile Verhaltensänderung beschrieben. Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials resultiert und basiert auf Erfahrung. Im Kontext der psychologischen Perspektive wurde dabei vor allem auf die innerpsychischen Mechanismen der Verarbeitung von Erfahrungen beleuchtet. Lernen findet ausschließlich durch Erfahrung statt. Erfahrung bedeutet in diesem Zusammenhang Informationen aufnehmen und diese zu bewerten und zu transformieren, sowie Reaktionen zu zeigen, welche die Umwelt beeinflussen. Mit anderen Worten, Lernen zeigt sich in dieser Perspektive in einer Veränderung des Verhaltens, welcher als Ergebnis der Verarbeitung von Umweltinformationen angesehen wird. Einfache Reifungsprozesse etwa, die zu einer Veränderung des Verhaltens führen, sind nicht als Lernen zu beschreiben. Diese Sichtweise wurde zwar immer wieder begleitet von verschiedenen Hinweisen, die herausstellten, dass die psychologischen Lerntheorien dem Phänomen des Lernens nicht annähernd gerecht werden. Schulze 93 Aber eine Hinwendung zu einer differenzierteren Lerntheorie zeigt sich erst langsam. Neuere erziehungs- und bildungswissenschaftlich akzentuierte Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass das Lernen nicht nur als innerer Prozess, sondern zunehmend als Ergebnis eines Interaktionsprozesses zwischen Individuum und Umwelt betrachtet wird. Nochmal Na, wo habe ich denn das? Neuere erziehungs- und bildungswissenschaftlich akzentuierte Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass Lernen nicht nur als innerer Prozess, sondern zunehmend als Ergebnis eines Interaktionsprozesses zwischen Individuum und Umwelt betrachtet wird. Neben der individuellen Verarbeitung von Informationen wird damit zunehmend auch die Frage gestellt, welche Erfahrungen das Subjekt machen kann. Damit wird der Welt verstanden als all das, womit sich ein Mensch beschäftigen kann, von der natürlichen Umwelt über die soziale Welt bis hin zur inneren Welt der eigenen Gedanken und Gefühle, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zitate Lernen bezeichnet die Veränderung von Selbst- und Weltverhältnissen, sowie von Verhältnissen zu anderen, die nicht aufgrund von angeborenen Dispositionen, sondern aufgrund von zumindest basal reflektierten Erfahrungen erfolgen und die als dementsprechend begründbare Veränderungen von Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten, von Deutungs- und Interpretationsmustern und von Geschmacks- und Wertestrukturen vom Lernenden in seiner leiblichen Gesamtheit erlebbar sind. Kurz gesagt, Lernen ist die Erfahrungsreflexive auf dem Lernenden sich auswirkende Gewinnung von spezifischem Wissen und Können. Kurz gesagt, Lernen ist die Erfahrungsreflexive auf dem Lernenden sich auswirkende Gewinnung von spezifischem Wissen und Können. Explizit wird das wechselseitige Verhältnis von Individuum und Umwelt auch bei Ineris angesprochen, wenn er eine innere und eine äußere Seite des Lernens unterscheidet. Die innere Seite des Lernens bezieht sich auf einen internen psychologischen Prozess der Erarbeitung und Aneignung, bei dem neue Impulse mit den Ergebnissen von vorher erworbenen Kenntnissen, Prior Learning, verknüpft werden. Dieser Prozess ist als individueller Prozess zu begreifen, der von den Vorerfahrungen des Einzelnen abhängt. Gleichzeitig findet beim Lernen aber auch ein äußerer Prozess statt, der die Interaktion zwischen dem Lernenden und seinen sozialen und kulturellen und materiellen Umwelt beschreibt. Bei jedem Lernen interagieren beide Prozesse in einer sich gegenseitig bedingenden Wechselwirkung, in der immer und unumgehbar zugleich Äußeres und Inneres zusammenspielen. Zitat Der eine Prozess ist die Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umgebung. Der zweite Prozess ist die psychische Verarbeitung und Aneignung der Impulse und Einwirkungen, welche die Interaktion mit sich bringt. Die Aneignung hat den Charakter einer Verknüpfung der neuen Impulse und Eindrücke mit den Ergebnissen des relevanten früheren Lernens. Inneres 2010, Seite 33 Lernen als Prozess Die zeitliche Dimension des Lernens wird von Javis betont, wenn er Lernen als einen Prozess charakterisiert, der grundlegend mit dem menschlichen Leben verbunden ist. Dies bedeutet nicht nur, dass Lernen als ganzheitlicher Prozess zu verstehen ist, der Body and Mind, Cognition and Emotion umgreift, sondern führt auch dazu, dass Lernen in seiner konstitutiven Zeitlichkeit zu sehen ist. Denn die Art und Weise, in der das Subjekt in seiner Situation agiert und wie es mit den dort gemachten Erfahrungen umgeht, führt dazu, dass das Subjekt sich verändert. Diese Veränderung der Person hat zur Folge, dass sie weitere Situationen möglicherweise anders interpretiert und in neuerer Weise reagiert und agiert. Aus einer Prozessperspektive wird deutlich, das Lernen nicht nur als Aneignung von Wissen oder Veränderung von Verhalten im Anschluss an den Erwerb neuer kognitiver Strukturen zu verstehen ist, sondern auch die Interpretation und Verbindung von einzelnen Lebensereignissen beinhaltet. Bettina Tausin beschreibt diesen Prozess mit dem Bild einer Baustelle. Das Leben ist eine Baustelle und Lernen ist der konstruktive Prozess, in dem aus Handlungen und Erlebnissen, Erfahrungen und Sinn produziert werden. Welcher biografische Sinn, welche Wissenskonfiguration entstehen, hängt zum einen von dem Material und den Werkzeugen ab, die auf der jeweiligen Baustelle verfügbar sind, zum anderen von dem Möglichkeitsraum für konkretes Handeln, für erstmaliges Erproben und immer wieder neues Versuchen, für Fehler, Abänderungen und neuen Entwürfen und schließlich auch von dem kommunikativen Raum für individuelles und gemeinsames Reflektieren. Soweit Tausin 2008. Sie veranschaulicht damit, dass die Lebensgeschichte bestimmte Handlungen und Lernvorgänge disponiert und damit den prinzipiell möglichen Handlungsspielraum auch einschränkt. Umgekehrt bedeutet dies allerdings nicht, dass Lebensgeschichten allein aus Ergebnis von Lernen anzusehen ist. Vielmehr wirkt sie sich auch auf weitere Lernprozesse aus. Die Entwicklung biografischen Wissens ist somit als Zusammenspiel von Individualität und Sozialität von Besonderheit und Allgemeinheit zu begreifen. Dieses Wechselspiel wird gestaltet durch die Fähigkeit der Subjekte, einzelne Erlebnisse und Erfahrungen in einen Zusammenhang zu bringen und sich reflexiv auf die eigene Lebensgeschichte zu beziehen, eigene Lernprozesse wahrzunehmen und zu bewerten. Dieser Gedanke der Erzeugung von Handeln und Bedeutungskonstruktionen durch Biografie wird auch unter dem Begriff der Biograficität gefasst. Damit aber lassen sich folgende Momente eines bildungswissenschaftlichen Lernbegriffs herausstellen. Erstens, während die psychologische Betrachtung Lernen vor allem als Prozess der Informationsverarbeitung untersucht, bezieht die bildungswissenschaftliche Analyse die Inhalte des Lernens ein. Die Inhaltsdimension bezieht sich darauf, dass beim Lernen Wissen Fertigkeiten und Verständnis entwickelt werden. Zweitens, Lernen ist zu verstehen als Ergebnis der interaktiven Auseinandersetzung des Subjekts mit seiner Umwelt. Damit gilt Lernen als individuelle Handlung. Diese Handlung wird von einem Subjekt vollzogen und ist abhängig von seinen Interessen, Motiven, Vorlieben, ebenso wie von seinen Fähigkeiten und Kompetenzen. Insofern ist das Lernen nicht nur der Erwerb neuer Erfahrungen, sondern selber auch abhängig von den Erfahrungen, die der Einzelne im Laufe seiner bisherigen Biografie gemacht und zu Erfahrungs- und Deutungsmuster bzw. zu Kompetenzen verarbeitet hat. Die bisherigen Lebens- und Lernmöglichkeiten bilden die Grundlage für die Gewinnung neuen Wissens und Könnens und damit zugleich auch für neue Lernhandlungen und für die Auseinandersetzung mit weiteren Erfahrungen. 3. Lernen impliziert nicht nur die Einheiten neuen Wissens und Könnens, sondern auch ein Umlernen oder Verlernen. Dabei können Lernprozesse eine unterschiedliche Reichweite haben. Sie können bestehende Sinnstrukturen erweitern, neue Facetten hinzufügen und andere umorganisieren oder zurückbauen. In diesem weiteren Verständnis beeinhalten Lernen Erkenntnis, Reflexion und Reflexivität und zeichnet sich durch die Transformation auf Understanding, Identity and Agency aus. In der gegenwärtigen Diskussion befinden sich auch unterschiedliche Beschreibungen für Lernprozesse, durch die die biografische Erfahrungsstruktur bzw. das Selbst- und Weltverständnis selbst verändert wird. Messirow spricht von transformativen Lernen, Marotsky von Bildung und Eilheit von transitorischen Lernprozessen. Die für das Lernen konstitutive Relation von Lernen und Leben Verweist darauf, dass Lernen nicht allein als kognitiver Prozess zu sehen ist, sondern als ganzheitlicher sozialer Prozess betrachtet werden muss. Denn Leben ist nicht einfach nur denken, sondern auch fühlen, wollen und handeln. Javis folgert daraus, dass das Lernen im Lebenslauf sich auf alle Dimensionen des Menschen bezieht und neben der physischen, der kognitiven und der emotionalen Dimension des Menschen auch Selbstbewusstheit und Reflexion beinhaltet. Er schlägt daher die folgende Definition vor. Nicht zuletzt ist zu betonen, dass Lernen immer innerhalb sozialer Praxen stattfindet. Zu dieser sozialen Praxis gehören nicht nur die materiellen Voraussetzungen und sozialen wie auch institutionellen Möglichkeiten und Begrenzungen, sondern auch die Aktivitäten der Beteiligten einschließlich der sozial geteilten Selbstverständlichkeiten und Deutungen, die das Handeln der Beteiligten leiten. Javis folgert daraus ist eine Kombination von Prozess throughout a lifetime, whereby the whole person, body, genetic, physical, biological and mind, knowledge, skills, attitude, values, emotions, beliefs and senses, experiences and social situations, perceived content, of which is then transformed cognitively, emotionatively and practically or throughout any combination and integrated into the individual person's biography, residing in a continual changing person. Ja, sehr schön und sehr lang. Ja, Ende Kapitel 5.2